Das ist so ein kleiner Running-Gag, den können nur Buzzy und ich kennen. Können nur wir kennen Das ist ein Insider Ich hab ja so viele Bäume schon wieder gepflanzt Gefällt Irgendwie sieht unsere Monsterfalle etwas zerbombt aus Das tue ich auch Genau Nicht Kann das praktisch gut drauf sein Nein, das ist nur ein Running Gag Ich sag's nur so Ja Pasi hat entdeckt und wir haben uns darüber kaputt gelacht Oh ja Naja Aber ich erzähl's mal so Es geht darum Zwei Männer duschen Ja So, der eine Ich weiß nicht, ob der husten Musste der husten, Pasi? Ich weiß jetzt nicht mehr genau Ach, das kenne ich Der eine tut nie nur husten Und dann scheiß den ganzen Atmen Sonst... Ja, genau Ich wollte das Video verlinken Falls ihr es auf euch angucken wollt Deine Axt ist schon wieder kaputt gegangen Ich glaub ich mach mir gleich einen aus Diamant, ey Das ist irgendwie voll undötig Spasi würdest du den Fernseher mal leiser... leiser... leiter drehen? Was? Würdest du den Fernseher mal leiser stellen würdest? Nimm den Fernseher Ich weiß ihn zwar denn Naja, nicht mehr von Fernseher Aber die sind scheiß Fernseher, Mann Mach was, Mann Alter, schmeißt den mal wer auf der Kombi hier Ich Ja Nein, lass ihn drinnen Ups, jetzt hab ich auch gesehen nicht ausgeschmissen Scheiße Lach- und Sachgeschichten mit der Lachrunde Ohr, ein Schaf Du musst leider schärfen Selbsttipp, weiß Äh, Selbsttipp, kein Gib mir deine XP, danke Ich hab gar keine Erfahrungspunkte Ich hab ja schon wieder eine Spitzhacke enchanted Äh, ja Was ist das hier überhaupt für ein riesiger See? Wieso ist der noch in meinem Garten? Das gefällt mir nicht Den Baum pflanze ich jetzt auch mal wieder weg hier Der passt gar nicht Ja Da gehen wir mal mit unserer Heckenschere durch Ja, der ist in der Motorisierte, aber das sieht grob aus So Natürlich muss ich das jetzt alles mit Holz mit der Hand abbauen Mit schön hier leckerer Braten in der Hand Wer macht das nicht Geht nach Hause Sucht sich einen Baum und haut einfach mit seinen gekochten Hühnchen dagegen Ähm 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 Wie? So Nicht mal so mit dem Gebändigen, dass er schon tot ist Kommt das gleich zu mir vor, das macht gar keinen Spaß zu spielen Äh Geht hier ab So Typisch Gärtner, muss einfach mal einen schönen Dreckblock über dein Bett hängen haben, ne? Typisch Gärtner halt Äh Ich hätte keinen Satz mehr mit Zahn, der eine Äh, Dreckblock hat nicht einfach genervt Also So Drei Diamantos Eins, zwei Ein, 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 ein Hallo Eins, zwei So Wenn du Koppelstern brauchst, weil dann existen, sind doch noch jede Menge da Geht das so? Ja Uh, die Axt sieht sehr, äh, überwältigend aus So eine blaue Habe ich ja auch versucht gehabt, ich weiß Die fette Diamant-Axt Die würde ich umbringen Äh, ja, hier kommt auch noch Glas rein Auch wenn das mal mein Rausspringen-Fenster war Da hinten habe ich auch noch ein paar Feuermann Gehen wir mal durch unser neues Treppenhaus Dann müsst ihr aber hier lang gehen Obwohl So Äh, wo bist denn du eigentlich schon wieder? Monsterfalle Was machst du denn da? Monster jagen Wieso denn? Was soll ich machen in einer Monsterfalle? Wo gerade am Bau ist Äh, dich umbringen? Keine Idee Mach ich aber nicht Dann wäre der Job des leblosen Gärtners endlich zu Ende Hm, Flexo Kauf dir einen ordentlichen Rechner Oh yeah Deswegen war ich Fremderei, deswegen Kauf dir einen ordentlichen Rechner Oh yeah Konk hat einen gescheiten Rechner Wer? Konk Ich hab auch einen gescheiten Rechner Konk nimmt seine LPs mit Camtasia auf Und das lässt ja eh Nein, Konk nimmt seine LPs nicht mit Camtasia auf So Er nimmt die mit Fraps auf Du hast dir das Special angeguckt von ihm, oder? Hast du dir das Special angeguckt? Nein, ich hab's manchmal zu hören, dass er das nicht Nein, nein, nein Das ist Wahnsinn Das ist die Qualität doch voll für ein Eimer, ey So Der hat in seinem Special Hat er auch Camtasia benutzt Um seinen Desktop zu filmen Damit man sehen kann, wie er mit seinem Programm umgeht Und das zu rendern Beziehungsweise zu cutten und so ne Scheiße Das hab ich noch nicht angeguckt Ja, es geht Konk kritisiert das Kritisiert dich ja in diesem Video selber Meint Er hätte das besser machen können Also das Video Er hat zeitliche Gründe nicht geschafft Alles fertig zu machen Aber ich fand's ganz okay So Soll ich den Dachboden auch zu ner Galerie machen? Ne Das wollte ich nicht sehen Wie der Dachboden offen ist dann so Kommt nicht so toll, glaub ich Äh, Holz Fimt ein bisschen nach Nähe zu gehen und da vielleicht ein paar Glowstones wollen Das mach ich noch Dann mach ich da so'n Kronleuchter runter, weißt du? Das wär' ne Idee Hab ich nicht noch Glowstone? Das war wirklich jetzt ne gute Idee Hab ich nicht noch Glowstone? Hab ich nicht noch Glowstone? Ich wundere mich Keine Ahnung Ich hab da Mir war langweilig Und da hab ich irgendeinen Mist Angemacht Also Es war bei Redstone Hatte ich so'n Blöde Textur Irgendes netz angemalt Der Glowstone sieht auch komisch aus Und ich hab schon wieder nicht genug Holz Mann, wie oft soll ich hier noch Holzfarm gehen? Meine Kiste oben ist noch ein bisschen Wie in deiner Kiste? Wo? Wo? Welche Kiste? In meinem Zimmer Dein neues Zimmer? Ja Mann, hör auf zu legen Du Drecksack Du Du, 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 du Du, 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 du Hm Wohin da die Kitzel? Ach ja Wieso nimmst du nicht den großen Raum Um dich da hinzulegen? Oh Was hat der denn hier schönes? Uh Uh Das kannst du aber auch alles mal einsortieren Hier, ne? Übrigens, ne? Äh Äh Ich geb dir mal den ein Dürr Das ist hier der Gärtner Er hat das nötiger als ich Äh Was? Nicht? Aber du könntest dann echt mal alles sortieren hier Beziehungsweise unten in die Kisten räumen Ich bin unordentlich Ja, da muss ich mich darum wieder kümmern, war? Mhm Außerdem bist du ein Designer Ein Designer hat Bilder an der Wand hängen Ja, das was wir machen, oder? Das wird so ein Bild hängen, aber ich hab ne Rolle Oh, jetzt fehlt mir ein Holz, Mann Wo nehme ich das jetzt her? Was können wir hier abbauen? Was könnte ich hier abbauen? Hm, was auseinanderbauen, bitte Was könnte ich hier abbauen? Ich mach mal Ich hab auch bald wieder genügend Cobblestone Die haben noch ganz viel Cobblestone noch Aber Ich hab auch viel Cobblestone wieder Ich muss Holzfarmen gehen, Alter Ich brauch so viel Holz hier Komm, jump around Jump, jump, jump around Oh Mann So, wiii Boom Ob wir's noch schaffen, vor Folge 100 mit der Monsterfalle, mit dem Neser, äh, mit dem Neser und dem Garten und so fertig zu werden 30 Folgen Musst du halt eine Folge, äh, eine Stunde machen Es sind in etwa noch 21 Folgen, weil ich bin bis Folge 79 jetzt schon fertig Achso Ja Dann, äh, ein Problem Mach halt einfach einen Stundenpart Absolut Habt ihr das gerade gehört? Was halten ihr davon? Eine Stunde? Solange guckt doch sich kein Schwein das an, Mann Ich könnte 20 Minutenparts machen Und das ist mir leider zu schade dafür Weil dann brauch ich noch nicht Dann lade ich 40 Minuten am Tag hoch, ne? Ist ganz toll Also 40 Minutenparts hoch Höhle Bäume Kaputt machen muss Ich denke mir, ich stell mir einfach vor, dass es heißt, Mick So Bam, bam Bruder, war gerade eine Kuh, die ist gerade verkrepelt, glaube ich Dann klemmert es aufzulecken, ich freue mich Ich bin nicht Warum? Weiß ich nicht Oh, jetzt ist eine Höhle Cool, eine Höhle Yay, aber ich hab gar keine Monster Nein, raus da Ich werde, wenn ich mich durch diese Höhle Und wie In deine Richtung grabe, werde ich in die andere Höhle treffen Und dann werde ich dich wieder treffen Beziehungsweise, die ist vermutlich mit anderen Faktoren Ich bin mir ziemlich sicher Dann werde ich in der Monsterfalle rauskommen Soll ich das mal ausprobieren? Hm Zufällig haben wir nun leider keine Zeit Ist das Wasser tief? Ja Oh mein Gott Hier ist ein Höhleneingang Oh, hier ist ein Huhn Hallo Warte mal, hier bin ich doch in der richtigen Ich bin hier in der richtigen Höhle Warte mal Ich kenn mich doch hier noch aus Warst du da oben, oder was? Warte mal Warte mal, wenn du Glück hast, bin ich gleich bei dir Habe ich Pech Wieso? Keine Ahnung Ähm, ich wundere nicht zu ganz mit Rohstoff Einfach so lassen, wie sie sind Im Moment Oh Mann, leck doch nicht so rum hier, Alter Normalerweise müsste ich jetzt hier bei dir in der Nähe gleich sein Oder war das die Monsterfalle? Normalerweise Teil ist doch eine Fackel, oder? Ja, da ist eine Fackel Wieso kommt mir das wohl nur so sehr bekannt vor? Weil ich hier schon mal gewesen bin, meine Freunde Die meisten, die jetzt neu dazu gekommen werden, werden sich nicht mehr daran erinnern Aber ich war, glaube ich, vor ca. 50 Folgen schon mal in dieser Höhle Cool, ich hab bereits in einer Sekunde zwei Spitzhacken geschwottet Oh, lol Aus Eisen? Mhm Oh, leck doch nicht so rum hier Meine Fresse Ja, ich weiß, wo ich rauskomme Ich komme jetzt hier in den Hauptausgang raus, glaube ich, oder? Ich bin